Nun endlich! Ein Spielzeughaus, das so wirklich und so riesig ist, dass alle Kinder in der Nachbarschaft darüber sprechen werden. Wir stellen vor, das Ketter-Jumbo-Spielhaus. Erwarten Sie heute Kinderbesuch zum Spiel? Machen Sie sich nur keine Sorgen, das Jumbo-Spielhaus ist für Ihre Kinder und deren Freunde entworfen. Das Jumbo-Spielhaus besitzt eine große eingebaute Tür, zwei Fenster mit Fensterläden, einem Regal innen und sogar einem Briefschlitz. Genug, um Ihre Kinder stundenlang spielerisch zu beschäftigen und zu unterhalten. Und sollte das nicht genügen, hat das Jumbo noch einen Außenpicknick-Tisch, einen Herd innen und zwei Hocker. Und falls Sie sich über Abnutzung Sorgen machen, so können Sie beruhigt sein. Das Jumbo ist aus haltbaren, UV-beständigen Materialien hergestellt, sodass Sie Deformierungen oder Ausbleichungen nicht zu befürchten haben. Ist es nicht an der Zeit, Ihren Kindern eine große Freude zu machen? Ketter, die Ich-Mache-Selbst-Show Ketter, die Ich-Mache-Selbst-Show